Kann man mit TikTok hochpreisige Angebote verkaufen im Bereich Coaching, Beratung, Training und Agenturen? Das ist die große Frage, ich kann sie beantworten. In den letzten 60 Tagen habe ich mit meinem Account auf TikTok über 10 Millionen Views bekommen und dabei mindestens 263.000 Euro getrackt, umgesetzt, nur über TikTok. Wahrscheinlich ist sogar mehr als das, aber ich kann es nicht genau beweisen, ohne einen Cent in Werbung auszugeben. Wie schafft man es, 6-stellige Summen als Coach, Berater, Trainer, Experte oder Dienstleister umzusetzen mit TikTok innerhalb der ersten 30 bis 60 Tage? Nun, zuerst einmal, für wen ist das ganz interessant? Im Bereich Coaching. Wenn du jemand bist, der etwas verkauft, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Geld oder Karriere, Dating oder Liebe, Beziehungen, Sport, Fitness, Gesundheit, Spiritualität etc., diese ganzen Coaching-Themen, dann ist das hier, was ich dir heute zeigen werde, etwas für dich. Wenn du im Bereich Business Consulting, im Bereich Agenturgeschäft unterwegs bist und du bist hier unterwegs im Bereich Angebote für Solo-Selbstständige oder du bringst Leuten ein Geschäftsmodell bei, wenn Leute sich selbstständig machen wollen oder du selbst hast als Zielgruppe Agenturen und Marketer, denn die sind auch auf TikTok drauf und du willst hier in dem Bereich etwas verkaufen für 5.000 bis 50.000 Euro pro Kunde und du willst im Coaching-Bereich etwas verkaufen für 2.000 bis 8.000 Euro pro Kunde, dann ist das, was ich hier mitgeben werde, für dich perfekt und relevant. Warum? Nun, TikTok ist eine absolute Reichweitenmaschine, mit der du in kürzester Zeit Reichweite aufbauen kannst, die du dann umleiten kannst, zum Beispiel direkt auf deine Webseite. Und dann läuft es für immer, ja, du bekommst Anfragen, rufst sie an, schließt hochpreisig mit ihnen ab oder du nutzt den Reichweitemechanismus von TikTok dafür, damit Leute dich kennenlernen in deinem Markt, sich fragen, hey, wer ist diese Person, ja, wer ist der Typ, wer ist diese Frau, da will ich mehr zu wissen. Dann gehen Leute hin, googeln dich, finden dich zum Beispiel bei Instagram, bei YouTube, finden deine Blogs, deinen Podcasts, deine Bücher, was auch immer, kommen darüber auf deine Webseite, du bekommst die Nummer, rufst sie an, schließt sie ab. Oder sie sind mit dir im Kontakt, zum Beispiel bei Instagram oder schreiben dir dort direkt eine direkte Nachricht, du holst die Nummer im Chat rein, zack, rufst sie an, schließt ab mit ihnen. Oder du nutzt TikTok neben dem reinen Content auch als eine Plattform, um bezahlte Werbung zu schalten und bringst die Leute wieder auf die Webseite und das Ganze läuft wie immer. Ich habe es geschafft, in den letzten 60 Tagen über 10 Millionen Einblendungen zu bekommen mit meinem Business-Content, den ich gemacht habe auf TikTok und das ist der absolute Wahnsinn, das ist alles komplett kostenlos gewesen und ich habe genau diesen Mechanismus hier verwendet, um an die zahlenden Kunden zu kommen. Ich bin nicht der Einzige, auch meine Kundin Burschuh-Fronach hat das Ganze gemacht, sie hat bereits über 50.000 Euro umgesetzt, allein über TikTok für ihr Consulting im Bereich Beauty-Business. TikTok funktioniert. Wieso klappt TikTok so gut für Coaching, Beratung, Agenturdienstleistungen in diesem Markt? Ja, es gibt zwei Geheimnisse dafür. Das erste Geheimnis ist der sogenannte Content-Graph im Vergleich zu jeder anderen Social Media-Plattform, die du kennst, ob es jetzt YouTube ist, Facebook, Instagram und dergleichen. Hast du bei TikTok die Chance, von Sekunde eins an noch mit deinem allerersten Video direkt viral zu gehen. TikTok verwendet einen Content-Graph und nicht einen Social-Graph. Was ist ein Social-Graph? Das Ganze kennst du von Facebook, Instagram, YouTube. Da zählt 80, 20, ja, wer sind deine Follower in allererster Linie und danach, wie gut ist dein Content? Das heißt, wenn du ein mächtiges Profil hast, bekommst du mehr Reichweite als Leute, die kein mächtiges Profil haben. Das heißt, je mehr Follower du hast, desto mehr Reichweite hast du, desto stärker wirst du ausgespielt, desto mehr Leute sehen dein Content, auch wenn dein Content vielleicht gar nicht so gut ist. Bei TikTok, und das ist das Besondere, ist das Ganze umgedreht. Da zählen zu 80 Prozent deine Creatives, dein Content und nur zu 20 Prozent, wie viele Follower hast, wer du bist und ob man dich kennt. Das heißt, bei TikTok kannst du mit dem ersten Video bereits ausgespielt werden. Du kannst mit dem ersten Video bereits viral gehen. Mein Bruder Markus hat es zum Beispiel geschafft, also in den allerersten Videos auf der Plattform 3 Millionen Einblendungen zu bekommen, mit einem einzigen Video, das im Prinzip 10 Sekunden lang ist und ist dadurch mega bekannt geworden innerhalb kürzester Zeit. Nach seinen anderen Videos bekommen teilweise 100.000 Einblendungen oder mehr und ein weiteres hat bereits eine Million Einblendungen auch wieder erreicht. Burschu hat dasselbe gemacht. Sie hat Videos, die teilweise auch eine Million Einblendungen erreicht bekommen, in ihrem Markt und auch darüber hinaus. Das heißt, du kannst sowohl in deiner Zielgruppe als auch darüber hinaus in kürzester Zeit viral gehen und diese Bekanntheit generell ummünzen in Leute, die dich suchen und die dann mit dir abschließen werden oder eine Webseite besuchen und so weiter und so fort. Jetzt zum Thema Ads. Ich habe auch gesagt, Ads sind super interessant. Also neben dem Content Graph, wo du mit organischer Reichweite sofort viral gehen kannst, gibt es auch hier die Möglichkeit, bei TikTok jetzt CPM-Preise zu nutzen von 2 bis 3 Euro. Ich wiederhole, Cost per Million Impressions von nur 2 bis 3 Euro habe ich nicht mehr gesehen seit bezahlter Facebook-Werbung in den ersten anderthalb Jahren. Das ist was komplett Neues, dass man so günstig irgendwo Werbung kaufen kann online. Ist das jetzt der perfekte Traffic? Noch nicht ganz. Sehr viel junges Publikum ist auf TikTok, sehr viele junge Menschen unter 30 sind da, aber in den Bereichen E-Commerce, Mainstream-Themen, B2B-Dating und so weiter und so fort, da gibt es genügend Menschen auf dieser Plattform, da gibt es Hunderttausende, sogar Millionen, die das jetzt schon nutzen und die potenziell interessant sind für dich. Solo-Selbstständige sind auf der Plattform drauf, auch als Zielgruppe super interessant, weil sie eben kostenlos sehr viel Reichweite da bekommen. Online-Marketing-Agenturen sind auf dieser Plattform drauf, weil sie das Ganze für ihre Kunden nutzen müssen und viele normale Unternehmer, normale Angestellte nutzen auch das Ganze als Plattform, um einfach sich selbst zu entertainen und sich zu entspannen, abends, tagsüber. Und sie sind dort potenziell jetzt targetierbar über Ads, die im Prinzip nichts kosten. Das heißt, selbst wenn TikTok jetzt noch nicht den perfekten Algorithmus hat oder die perfekte Zielgruppe hat, die aber jedes Jahr jetzt älter und älter und älter und älter wird, dann ist es trotzdem so, dass diese Ads so spottbillig sind, dass man damit quasi gar kein Geld verlieren kann. Es ist unmöglich, mit nur 2-3 Euro CPM und einem hochpreisigen Angebot Geld zu verlieren. Das ist nahezu unmöglich. Denk dran, bei Facebook kosten halbwegs vernünftige Klicks das 10-, 20-fache oder sogar 30-fache. Das heißt, selbst wenn du nur diesen ganz simplen Funnel hier nutzen würdest, um bei TikTok einfach nur bekannt zu werden ohne Ende für dein Thema, dann sind jetzt Gelder, die hier in bezahlte Werbung und in organische Reichweite gesteckt werden, noch Dinge, von denen du jahrelang zehren kannst in deinem Markt. Denk immer dran, es gibt in jedem Markt jemand, der von Sekunde 1 an zuerst eine neue Social-Media-Plattform besetzt hat im Bereich Coaching, im Bereich Training, Beratung, Agenturgeschäft und der bis heute von dieser Reichweite leben kann. Erinnere dich zurück, wer ist der Größte in deinem Markt bei YouTube? Wer ist der Größte, die Größte in deinem Markt bei Facebook? Wer ist der Größte, die Größte in deinem Markt bei Instagram? Diese Leute haben damals kostenlos dort angefangen und das Ganze kannst du jetzt auch noch bei TikTok. Ich glaube, dass dieses Fenster hier für die nächsten 18 bis 24 Monate noch offen ist, wo du kostenlos oder mit Ads extrem günstig, mit wenig Aufwand enorme Reichweite erzielen kannst. Und was du jetzt tun solltest, ist, du solltest diese beiden Geheimnisse nutzen. Organisch in kürzester Zeit hier Kunden gewinnen. Denk dran, ja, Burschu hat 50.000 Euro gemacht in den ersten 30 Tagen. Ich selbst in den ersten 60 Tagen bisher getrackt, 263.000 Euro umgesetzt, die ich messen konnte. Ich werde noch viel mehr Geld gemacht haben darüber und ich werde noch in den nächsten 12 Monaten aus diesen ersten Aktivitäten, die ich gemacht hatte bei TikTok jetzt in den ersten 60 Tagen noch viel, viel mehr Kunden gewinnen. Aber was ich jetzt mitgeben will, ist, nutze diese Gelegenheit, nutze diese Chance als Coach, Trainer, Berater, Experte und Dienstleister. Mach jetzt schon mal TikTok, wenn diese Zielgruppen verfügbar sind für dich und Sinn machen, dann ist auch TikTok für dich eine sinnvolle Sache. Wenn du beraten werden willst in diesem Bereich, nicht nur TikTok, sondern Online-Marketing generell, wie du dich verkaufst, wie du dich vermarktest, deine Angebote besser positionierst, deine Preise erhöhst, dann geh jetzt auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein zu einem kostenlosen Erstgespräch und wir können dir genau verraten, wie du es schaffen kannst, als Coach, Berater, Trainer, Experte oder Dienstleister, fünfstellige oder sogar sechsstellige Monatsumsätze zu erzielen. Das machen wir mit demnächst fast 5.000 Kunden seit sehr vielen Jahren hier bei Baulig Consulting und wir können auch dir dabei helfen, genau das zu erreichen. www.andreasbaulig.de, nutze diese Gelegenheit, sprich mit uns über dein Geschäft. Bis zum nächsten Mal. www.andreasbaulig.de